Pinky ist ein riesiger Vogel welcher im Orange Town Arc vorkommt. Er ist ein Monster der Klasse C. Ruffy hat versucht Pinky zu fangen um ihn zu essen, während er auf seinem Boot rumfuhr, aber er wurde vom Pinky gefangen, in seinem Schnabel und weggetragen. Zorro musste den beiden mit dem Boot hinterherrudern. Später schoss Buggy auf Pinky und Ruffy wurde fallen gelassen, zum Glück wurde Pinky nicht getroffen, denn ich denke den Schuss, trotz seiner Größe, hätte er nicht überlebt. Für einen Vogel ist Pinky wirklich enorm riesig in der One Piece Welt. Es gab eine mögliche Referenz auf Pinky später in Kapitel 823, als Igaram sich Sorgen machte, dass ein riesiger Vogel möglicherweise Vivi kidnappt, wenn sie auf dem Krähennest des Schiffes steht. Wie Pinky Ruffy Fing erinnert an eine Szene aus Roman's Dawn Wii 2, wo ein riesiger Vogel namens Balloon Ruffy Fing auf die gleiche Weise. Und das war meine kleine Tieranalyse zu Pinky, dem almighty Pink Bird in One Piece. Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein, ciao. Und es war einfach mal ein kleiner Versuch mit einer etwas anderen Stimme ein Video aufzunehmen. Also mehr ein Testvideo sozusagen. Ciao.